Ein schneller Schönmacher für unterwegs, Faltenreduzierung, strahlendere Haut, frischere Haut etc. Ich präsentiere heute euch, ich präsentiere euch, nee, wir testen gemeinsam die Yauti Paradise Punch Tuchmaske mit tropischem Blumenmuster. Ob mir das steht, wie das Ganze aussieht, das wirst du hier gleich in diesem Video erfahren. Wir haben hier drin ein Serum, Hyaluron, Vitamin B12 und pflanzliche Stammzellen. Denn klingt erstmal gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Yauti kennt man bestimmt, schreib mal in die Kommentare, ob du die schon getestet hast. Und zwar gibt es von der Firma diese bekannten bunten Augenpads für, glaube ich, einen Euro oder so. Relativ günstig, ich finde die gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Für mal so einen schnellen, freshen Ausdruck an den Augen, also für das Geld, wirklich super geeignet. Und diese Tuchmaske hier kostet auch nicht mehr, muss man wirklich sagen. Ich werde sie jetzt aber in einer nicht empfohlenen Variante testen, denn ich bin also nicht frisch geduscht. Ich habe mich nicht frisch abgereinigt, sondern ich mache es einfach mal so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause wäre und sage, hey, ich habe noch einen Termin und will es noch irgendwo hin. Natürlich, wenn so eine Maske besser wirken soll, Haut reinigen, tonisieren, ganz wichtig. Das macht die Haut aufnahmefähiger und das Ergebnis wird besser. Ich werde es jetzt aber mal in der, naja, in der vielleicht üblichen Variante testen, so wie wir solche Masken oftmals auch verwenden, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich will, wie gesagt, mal so in 10 Minuten einfach mal so ein Fresh abhaben, habe aber nicht Zeit, um da als Reinigung und Tonic und und und. Also, wie gesagt, 1,50 Euro oder so kostet das Ganze und ich bin gespannt. Also, wir werden gemeinsam das mal rausfinden, ob das etwas ist. Es ist schon verdammt günstig. Es riecht extrem gut. Also, der Duft riecht nach, wie soll ich das beschreiben, Tonic, blumiges Tonic. So ein Gesichtswasser, so in die Richtung riecht das. Ich werde jetzt mal hier meine Kappi abnehmen. Auf jeden Fall sehr gut durchfeuchtet. Also, das ist schon, da ist auf jeden Fall nicht gespart. Junge, Junge, das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Die Tuchmaske ist richtig feucht. Also, definitiv etwas, wo schon dementsprechend auch etwas, wo man auch etwas bekommt. Ja, weil oftmals sind ja so Masken auch nicht gut getränkt oder gerade bei Augenpads, dann trocknet es sehr schnell aus. Und da muss man echt sagen, für das kleine Geld sehr, sehr viel Flüssigkeit drin. Also, jetzt schauen wir mal, wie mir diese Tuchmaske steht. Ich habe heute Morgen extra mal ein bisschen mehr rasiert. Und, naja, Handy hoch, Überfall. Ich bin ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Also, man könnte doch auch so bestimmt irgendwie auf eine Veranstaltung gehen. Auf irgendeine Techno-Festival oder so, oder? Wäre doch bestimmt auch hier so ein Hingucker. So, also, schön einarbeiten. Natürlich, hier, wo ich meinen Bart habe, haftet es nicht so gut. Also, jetzt schon mal das nächste Fazit. Sie fühlt sich sehr gut an. Ja, also, sie verbindet sich sehr schön mit der Haut. Es ist extrem wie Feuchtigkeit drin. Also, das muss man schon sagen. Das ist echt brutal, wie arg gedrängt diese Maske ist. Das ist schon mal ein riesen Pluspunkt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Zeug abschmiere. 20, 25 bis 30 Minuten. Nun, na ja, ich würde mal sagen, ich baue mal kurz die Kamera hier ein bisschen um. Und wir legen uns jetzt mal hin und dann mache ich mir so ein Timeslap. Ich muss erst mal die Hände waschen. Timeslap. Hey Siri, stell Timer auf 25 Minuten. Hey Siri, stell Timer auf 25 Minuten. 25 Minuten. Sehr gut. Okay. Ich mache einen kurzen Kamerabreak. Baue mal kurz hier die Kamera auf. Dann siehst du mich ein bisschen beim Chillen. Und in 25 Minuten sehen wir uns wieder. Und dann lassen wir uns überraschen, wie das Ganze quasi aussieht. Und welche Ergebnisse man auf meiner Haut sieht. Also, ich würde sagen, bumm. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you needin. You can call my name, I'll be your blind. So, wir sind ready. Schauen wir mal. Wir haben 25 Minuten vorbei. Und soviel zum schnellen Schönmacher. Genau. Das würde ich jetzt mal nicht sagen, dass es etwas ist für mal schnell. Sondern, genau, also so eine Fließmaske in der Regel muss natürlich immer länger einwirken. Eigentlich kannst du davon ausgehen, wenn du drüber fährst und die ist immer noch feucht, lass sie drauf. Also, weil das Ding ist, solange deine Haut noch etwas aufsaugen kann, ist es ja geil. Ja, also quasi, weil es wäre sonst schade, das Produkt sozusagen wegzuschmeißen. Und darum nutze die Zeit aus und gönn dir mit so einer Fließmaske am besten immer eine kleine Auszeit. Ich schaue jetzt mal drauf, was hier noch drauf steht. Die paradiesische Tuchmaske von Jouty mit dem tropischen Blumenmuster setzt deine Jouty-Routine Schönheitskrone auf und sorgt in einem 15 bis 20, das ist auch witzig, also 25 bis 30 steht hier unten und hier oben steht 15 bis 20. Kannst du das aussuchen. Also, umso länger, umso besser. Pflegevergnügen für eine frische und super weiche Haut. Das Serum spendet intensiv langer Heidefeuchtigkeit und verleiht einen strahlenden Thor. Okay, das werden wir jetzt mal schauen. Wie gesagt, das Schöne ist eben, wenn du so eine Maske auflegst, ey, nimm dir die Zeit, geh hin, leg dich irgendwo hin, mach eine schöne Musik an, chill ein bisschen und... Oh ja, ich glaube, ey, die ist ganz gut. Guck mal, ich finde die echt ganz gut. Also, frische Haut, guck mal, definitiv, oder? Ich muss nochmal so im Licht anschauen. Also, ich gucke jetzt gerade, ob ich irgendwie eine krasse Veränderung sehe, aber... Ja, es ist also an den Augen definitiv auch der Effekt wie diese Yaoti Augenpads, auf jeden Fall. Es ist eine Veränderung da, es wird, die Haut wirkt frisch. Meine Poren sind immer noch gleich, ja, also quasi Porenverfeinung zum Beispiel ist sie nicht, steht aber auch nicht drauf. Fälschenminimierung, ja, auf jeden Fall. Ja, weil ich habe, die Seite ist immer stärker mit Fälschen als wie die. Und man erkennt auf jeden Fall einen Unterschied, ja, also sind auf jeden Fall aufgepolstert. Wie lange, weiß ich nicht. Ja, also das ist jetzt kein Dauerprodukt, aber für das Geld völlig in Ordnung. Also, weißt du, was auch das Schöne ist? Wenn du zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise auch zum Beispiel Make-up Artist bist, ja, dann hast du ja Kundinnen und du brauchst eine optimale Grundlage für ein perfektes Make-up. Und da muss ich dir ehrlich sagen, da kann man sich mal zehn Stück holen, das kostet ja nicht die Welt. Dann hast du sowas in deinem Koffer drin und wenn jemand wirklich mal so eine frische Kick möchte, klar, halbe Stunde mehr, aber mein Gott, es soll ja auch eine schöne Grundlage sein, aber das Ergebnis wirkt frisch. Muss ich sagen, es ist für das Geld völlig in Ordnung. Würde ich mir definitiv nochmal kaufen, auf alle Fälle und werde ich auch machen, weil gerade mal, wenn es mal schnell, schnell gehen muss, aber wenn man weiß, hey, man hat was vor, ich habe noch eine halbe Stunde, ich habe noch eine Stunde Puffer, ja, gehe noch unter die Dusche, mache mich fertig, lege mich noch eine halbe Stunde hin, mache mir die Maske drauf und habe nachher einfach ein frischeres Hautbild. Das ist für den Moment richtig gut. Langfristig, keine Ahnung. Ja, also ich gehe da jetzt nicht auf die Wirkstoffe drauf ein und und, was da alles drin ist, aber ich kenne mich da jetzt eh nicht so krass aus, aber wenn wir ehrlich sind, in irgendeiner Art und Weise ist überall ja ähnliche Dinge drin. Also von dem her, was sagst du? Schreib mal in die Kommentare, kennst du diese Maske hier, die Yauti Tuchmaske? Ich finde sie persönlich wirklich nicht schlecht. Die Haut wirkt frischer, die Fältchen sind etwas minimiert. Das wird nicht lange halten, aber nichtsdestotrotz, für das Geld, Daumen hoch. Bis zum nächsten Video. Kanal abonnieren, nicht vergessen, für weitere Videos, ach so, ja, Resümee, Hashtag NoFilter, definitiv bestanden. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Neo, Make-Up, Papa, wir stehen zusammen, wir sind eins Zeig der Welt, wer du wirklich bist Mit der Starline-Methode bist du nie mehr vermisst Ich bin der Make-Up, Papa, weiter frei Ich bin Profil, jemand schlägt mich dabei Mit der Starline-Methode zeig ich dir den Weg Komm mit mir, wer ein Schmink-Rebell Fürst dir den Überbau, wer ein Schmink-Rebell Wirst die Regeln über Bord, vergiss sie noch In meiner Welt bist du Make-Up und Sturm mit Pinsel und Farbe Bringen wir uns zum Blühen, Make-Up, Papa Wir werden uns bemühen Rock, dein Gesicht, lasse ihn strahlen Neo, Make-Up, Rocker, wir stehen zusammen Wir sind eins Zeig der Welt, wer du wirklich bist Das ist doch mal ein Rekord, oder? Yeah!